Es war ein sehr schwieriges Spiel, weil wir versucht haben, die letzten zwei Tage auf den Gegner hinzuweisen. Dass sie zwar auf dem letzten Platz stehen, dass sie aber rein fussballerisch besser sind und rein ergebnisstechnisch dahinten stehen. Aber wir haben es gesehen, wir haben es gemerkt und die Spieler haben uns, denke ich, in der Pause dann gemerkt. Ich musste ein bisschen laut werden und habe nicht gepasst, weil wir zu überebig waren und zu viele einfache Bälle verloren haben. Und schlussendlich haben die Spieler in der zweiten Halbzeit gedreht und konnten das Lösende 1-2 machen. Vielen Dank. Das war ein sehr guter, was ich zu sagen, dass ich das nicht so gut verstanden bin. Die Veranstaltungen sind sehr gut. Das war ein sehr guter, was ich zu sagen. Das war das ganze Konzert. Wenn du nicht die Veranstaltungen hast, hast du dich auf dich gehalten. Aber ich habe mich nicht mehr gehört, weil ich die Schuss mit einer Anlage nicht so alt bin. Wir haben eine Anlage verletzt, weil wir die Schuss mit einer Anlage verletzt haben. Das war es schwierig, weil wir die Anlage verletzt haben. Wir haben die Anlage verletzt. Ich habe einen Schotten gesucht. Ich glaube, dass ich nach der Schotten bin, die ich in den Schotten bin bin. Ich habe einen Schotten mit mir gesagt. Ich habe einen Schotten mit einem Schotten gehalten. Ich habe eine Schotten gehalten. Ich habe das Spiel zu machen. Wir haben uns in den letzten 3-Jetigen gewonnen. Ich bin der Schotten. Herr Schott, Sie sind nicht mit 3-Jetigen. Herr Schott, Sie sind in der Schotten. Das sind zwei Fragen, also ich gratuliere dann für den Sieg. Wichtiger Sieg vor dem Spiel, wichtiges Spiel gegen Samalek. Das Spiel, das wir bis jetzt nicht wissen, ob gespielt wird oder nicht. Wie sehen Sie das dann? Wettgespielt, nicht gespielt? Ich bin sicher, Sie haben Ihre Mannschaft vorbereitet. Aber ist es für Sie besser, dass Sie die drei Punkte geschenkt bekommen, ohne dass der Gegner kommt? Oder ist es für Sie besser, das Spiel zu spielen? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, wir merken schon ein Problem in der linken Seite bei Lahli. Sie haben dann bis jetzt drei Spieler probiert, auf der linken Seite, obwohl Sie Karim Dibis haben. Der Einzige dann aktuell, der als klassischer Linksverteidiger spielt. Und trotzdem wollen Sie ihm keine Chance geben. Was sagen Sie dazu? Also, zuerst dann die Frage über Samalek. Und wollen Sie, dass das gespielt wird? Ich gehe davon aus, dass gespielt wird. Wenn nicht gespielt wird und wir die drei Punkte geschenkt bekommen, dann ist es so. Es ist ja nicht meine Aufgabe zu sagen, wir müssen spielen oder wir müssen nicht spielen. Das ist der Verband, der das entscheidend soll. Und nicht der Coach von Lahli oder von Samalek. Also ich weiß nicht, wie man so eine Frage stellen kann. Ich veräumt nicht. Das спрос, das ist keine Frage mit den Mitgliedern des Landes. Es ist etwas, das ich nicht wirklich wirklich interessieren. Ich werde michということで sagen. Es ist eine Frage, was ich da um das zu machen. Ich sage Ihnen wirklich, was ich da beheben. Das ist nicht, nein, wie das Informationspolitiker, sondern die Mitglieder der Universität des Amerik. Das ist eine Frage, die Frage zuerstellen. Es ist vielmehr klar, wenn man die wondering ist. Es ist nicht, wir können die Frage zuerstellen. Aber das ist einfach so. Wir haben bis jetzt mit Karim, nach der Verletzung mit Karim gespielt auf der Position und hat das gut gemacht. Er hat das früher mal gespielt und ich bin nicht unzufrieden. Jetzt war aber so, dass wir nach vorne einfach noch ein bisschen mehr Zug brauchten. Natürlich ist es mit dem Rechtsfuß, er kann auch links spielen, aber Kokka ist eher linksfuß und hat das als Reinkam auch gut gemacht. Nachdem wir uns in den Fortsen haben, Kareem Fouad ist in diesem Ort und hat eine große Herausforderung gemacht. Ich bin sehr froh von mir und habe eine große Herausforderung gemacht. Heute war ich nur in der Zeit, dass wir noch mehr Druck machen können. Wir haben eine große Herausforderung gemacht. Wir haben eine große Herausforderung gemacht. Kareem Fouad war, aber ich habe eine große Herausforderung gemacht. Ich habe eine große Herausforderung gemacht. Und die Beobachtung kamakuka ist, was das nicht so gut ist, aber es ist nicht so wichtig, dass man er mit einem Krim im Krupp ist oder nicht so gut ist. Die Spieler waren nicht konsequent genug, waren nicht konzentriert genug und hat es damit zu tun, dass die Spieler die Gedanken an das Spiel gegen Zamanlick hatten oder weil sie viele Spieler ausgewechselt haben oder eine Pause gegeben haben. Das hat dann die ganze Stimmung so in der Mannschaft war, die Unkonzentriertheit und die Überheblichkeit oder wie begründen Sie dann, wie die Mannschaft dann heute aussah? Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Zwei Tage habe ich nicht nur über Tachlea gesprochen. Ich habe vier Spiele angeschaut von Tachlea und habe gesehen, dass sie eigentlich sehr gut spielen und dass sie meistens unglücklich verloren haben. Ich habe das die letzten zwei Tage unserem Team mitgegeben und wenn ein Spieler mal eine Pause bekommt und ein anderer spielt, dann hat er die Möglichkeit zu zeigen, dass er besser ist als der andere, der vorhin gespielt hat. Ich glaube, es braucht keiner nur irgendwie Ausrede zu bringen, dass er vielleicht nicht so oft gespielt hat, da nicht. Sie trainieren, sie sind mit dabei. Die, die nicht spielen, die trainieren mehr. Also sie sind fit und dann ist wichtig zu zeigen und es ist wichtig, da aussen dann natürlich zu zeigen. Auf der einen Seite im Training, die, die nicht regelmässig spielen, aber die anderen im Spiel zu zeigen. Und dann, wenn auch, und das ist auch völlig dramatisch, mal einer vielleicht einen schlechten Tag hat, dass er nicht so gut drauf ist, okay, dann sehe ich das und wechsle ihn aus und da kommt der Nächster. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.